Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Overwatch. Wir haben hier den One-Pan dabei. One-Pan, ja. Ich mach immer nur Sex-Jobs. One-Pan-Chan. Ja, One-Pan-Chan. One-Pan-Chan. Ich mach aus dir einen Rudolf. Das Rentier. Ich mach aus dir einen Lone-Wolf. Nee, nee, du willst mich nur wieder edgy machen, so wie in meiner Pubertät. Gib's ruhig zu. Wenn du in meine Augen staust, siehst du die Leere in meinem Herzen. Und dann ritzt du dich währenddessen und lachst dabei, ne? Tiefer der Schnitt, umso mehr fühl ich mich umlehnt. Dann seht ihr mal, er hatte eine harte Phase. Ich hab ihn damals so kennengelernt. Das war richtig heftig. Er hatte immer mindestens acht Rasierklingen mit in der Schule. Das war... Und dann hat er auch noch andere Leute geritzt und die haben dann mit ihm geweint und er hat dann mal so gelächelt. Das ist so wunderschön. Ich kann nicht anders. Dein Schmerz lässt mich fühlen, wie es ist, Schmerzen zu fühlen. Nur wenn man Schmerzen fühlt, ist man wirklich am Leben. Ja, vielleicht solltest du Widow mein werden. Weil so sehr herzlich mein Leben aufbinden. Nicht? Soll ich mal ganze Woche nur Widow Makers spielen? Ja, mach doch. Ja, los. Ja. Wenn Widow Makers nicht zur Verfügung steht, Bicci halt hat. Ja, gönn dir. Glaub einfach an dich. Miet Efi. Miet Efi. Ich will aber Efi nicht mieten, Alter. Warum nicht? Die Roboter, der macht schon der Robo aus. Ja, okay. Vielleicht hast du recht. Vielleicht könntest du mir dann doch helfen. Ich habe krasse Roboter. Krasse Roboter. Boah, wie konnte ich das denn vermissen, Alter? Ich habe heute kein Hook... Ich habe heute kein Hookwasser getrunken. Das ist der random Junkrit. Das ist der Junkrit-Effekt. Denn wir haben The Monkey Kid jetzt in unserem Team. Nee, im gegnerischen Team. Er konnte nichts dafür. Er ist halt von Affen großgezogen worden und muss Döner kaufen. Ich mache eine Döne, Alter. Alter, ich glaube, wir rushen hier durch, als wäre das Ping-Pong. Was ist Ping-Pong? Der Unterschied vom Tennis. Was ist Tennis? Tischtennis? Ist doch alles dasselbe. Nein. Aber das sind Unterschiede. Gibt es Tennis, dann gibt es Tischtennis, dann gibt es Tischtennis. Aber die spielen mit Bällen. Ja. Und haben Schläger in der Hand. So, jetzt sag mir doch mal den Unterschied. Sie beide... Es sind zwei Gegner... Die Größe des Schlägers ist der Unterschied, ne? Ach so. Also, wer hat denn den größeren? Eindeutig die Ping-Pong, Leute. Ja, der schlabbert immer beim Rumrennen, was? Ja, er hat die Alte das denn ausgewichen, Mann, Alter. Das war mal Respekt. Kann die Alte denn nicht endlich mal sterben? Nee, geht leider nicht. Das ist wie die Schwiegermutter, die kriegst du nicht so einfach tot. Glaub mir, ich hab's schon probiert damals. In jungen Jahren. Hat nicht geklappt. Müsst du kräftiger zuschneiden hier, Junge. Kräftiger Zuschlag. So schön. So offensichtlich wollte ich's dann doch nicht machen. Aber danke für dich. Ich wollte ja nur helfen. Ich bin ja selbstbereit. Na, kräftiger zu, vielleicht dreckst du dann endlich. Ohne dich wüsste ich echt nicht, was ich manchmal mache, weißt du? Oh my God. Asegawa, Johnny Bimbo, Alter, Junge, Kreisel-Ficker. Ach, willst du ein Kreisel hier? Kriegst du ein Kreisel? Das ist nicht schön gemacht. Das war keiner am Leben, wir konnten dich auch nichts dafür. I'm so proud of you to say. Warum macht der Junkrat eigentlich dasselbe wie ich? Weiß nicht. Er schlechtert sich auch in die Luft, um seine Bomben zu schweigen. Genau dasselbe gefunden. Ich kann nicht nachleihen, ich kann nicht. Oh God. Was soll das denn hier werden? Hey du. Ja? Willst du nicht mal das Spiel gewinnen? Ja doch, sag mal an, was soll ich tun? Du pickst jetzt. Jon Snow. Äh. Jon Snow. I got no more. Bitch, get out of the way. Get out of the way, man. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Aber. Muss ich halt irgendwas töten. Wenn jetzt auch das hinter... Das ist ein Zaubertschafal hinten gekommen. Er ist in meiner Le... Der hat mich einfach in der Seite... Wen sollte ich jetzt nochmal picken? Saria. Wird doch nur ein Highlight. Genau. Du altes Sau. Du nutzt mich immer nur aus. Dreckiger Symbiont. Das ist alles für das... Größere... Gute. Für Mutter Russland, ne? Moira-Rasche. Moira-Rasche-Sche-Moto-Tintel-Vue. Diese Kugel, Alter. Guck mal, die killt mich. Äh, ne, ihr killt mich. Ich konnte nichts tun. Unser Funky-Monkey ist jetzt auch tot. Alter, die haben einfach ihre Ultis gesündet. Und haben gesagt, Ne, das mach ich so nicht mehr mit. Ne, diese Junge werden bestraft. Ja, ne. Und dann haben sie einfach den Handschuh ausgezogen. Ne, du glaubst nicht, was sie dann gemacht haben. Weißt du, was sie dann gemacht haben? Hülle! Hülle! Sie haben den einfach ins Gesicht gehauen. Hülle in Fülle. In Hülle in Fülle, genau. Hülle. Soldier. Hum, 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 hum. Soldier, denn du bist ein kleiner Soldier. Baffe, los, um, chill. Alter. Sie skoilt Priviät, Alter. Geht doch rein. Da war niemand auf der Payload Niemand war auf der Payload? Nein, leider nicht Ich picke Zarya und wir kommen voran Euer Ernst Ich habe dir ein Schild gegeben Ich hoffe es hat geklappt Ja, er ist der Prophet und Messias, Alter Er sagt, Zarya, wir gewinnen Ah, Kreiselficker Oh mein Gott, er ist so edgy Er ist nicht edgy, er kann nichts dafür Er ist halt mit 13 hängen geblieben Sein Herz zeigt die Furcht vor dem Leben Was hast du so beautiful gesagt? Ja, das war auch kein Aufruf, das hab ich spontan gemacht Also dann, ritzt euch bloß nicht und bis zum nächsten Ich übersetze, ihr sollt euch alle ritzen Tschüss Tschüss Untertitelung des ZDF, 2020